So, ich bin wieder zurück und jetzt weiß ich auch warum wir dieses Level mit diesen Affen, also Agent 9, nicht spielen konnten. Wir müssen, wir haben ihn da ja in dieser Welt, wo wir jetzt sind, diese letzte Welt, da haben wir ihn ja befreit. So und dann müssen wir den auch erst mal spielen in dieses Level da. Dann können wir auch in diese andere Welt zurückreisen und da dieses Level absolvieren. Das habe ich euch ganz vergessen zu sagen. Ich habe mich schon gewundert, warum ich den da nicht spielen konnte. Also diese Charaktere, die wir befreien, die spielen wir dann auch da in diesem Level und dann können wir die auch dann in den anderen Level benutzen. So ist der Ablauf da. Nur mal so nebenbei zur Info. Fiel mir jetzt gerade erst ein. So, jetzt machen wir aber erstmal hier Jägers Aufgabe hier zu Ende. So, jetzt muss man gerade gucken. Da haben wir einen Boost, da können wir boosten. Okay, wir kriegen immer Boost, wenn wir hier so Tricks machen mit dem Skateboard. Das war so ein Gottverdankt Scheiße hier. Nein, nein, nein. Okay, können wir eigentlich schon neu starten hier. Ich möchte neu starten, ja. Komm Jäger, noch auf ein neues, bitte. Spyro, you're just in time. A Rhinox Skateboard Gang has challenged us to a race. They said you're slower than a molten crater fire slug. I stuck up for you though. I told them I've seen some pretty fast fire slugs. Ja, komm. Ja. Right on. You can use my special racing board. Every time you do a trick, it builds up turbo charge. You can use your turbos at any time by pressing the square button. Good luck. Okay, auf geht's. Auf ein neues. Jetzt habe ich schon wieder keine Tricks gemacht. Ein bisschen boost haben wir bekommen. Nein, dann halt nicht, Mann. Das ist doch kacke. Hier. Fick dich. Ach, Mann. Diese Tricks hier immer. Nein. Okay. Das war ja gar nichts. Okay, jetzt haben wir ganz viel boost. Wir müssen erster werden. Nein. Wir sind gerade mal vierter. Nein, bitte nicht, Mann. Und dann noch daneben. Oh, Mann. Ich hasse dieses Skateboard-Level hier. Den habe ich gerade weggekickt. Okay, der sollte Tricks machen, hat er irgendwie aber nicht gemacht. Okay, da war ein Leben drin gewesen, habe ich auch nicht eingesammelt. Okay, das war knapp. Ich bin immer noch vierter. So ein Mist. Und da oben waren noch Edelsteine. Das ist der letzte Edelstein da oben, glaube ich. Ich muss da irgendwie hin. Ach, warum bin ich denn auf einmal so schlecht hier? Ich muss mal ein bisschen Nitro hier Turbo aufheben. Ach, das war's schon. Scheiße. Ja, what's happening? Was passiert hier? Leider nicht geschafft. Nochmal. Ja, komm. Bitte nochmal. Also hier, wenn wir diese Tricks machen, dann kriegen wir auch dementsprechend Nitro. Und wenn die Tricks gut genug waren, dann kriegen wir ganz viel Turbo hier. Nein. Okay, wir sind Zweiter. Okay, wir sind Zweiter. Oh, ich hab noch was zum Schießen gehabt. Ich bin Erster. Sauber. Jetzt müssen wir nur noch diesen beibehalten hier. ganz viele Tricks machen, um einen Boost zu bekommen, was die anderen nicht aufholen hier. Und durch die fliegende Sterne hier, kriegen wir auch nochmal Scheiße dementsprechend Boost. Nein, komm, ich bin ja beim Erster. Sauber. Nehm ganz viel Nitro jetzt hier. Letzte Runde hier. Nein, komm. Jetzt nicht verkacken, wir sind kurz vorm Ziel hier. Ich hab's geschafft, ich bin Erster. Ja, ich hab's geschafft, ich bin da. Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, wie ein paar Dizzy, eine Toad Sam Norks. Oh, ja. Ich glaube, wir haben auch das Ei gewonnen. Okay, jetzt kriegen wir ein Ei. Da ist das Ei. Okay, jetzt kriegen wir ein Ei. Ja. Ja. Oliver. Ja. 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 So, jetzt fahren wir gegen Jäger hier. Das ist noch schwerer. Eben das ging noch so gerade. Warte. Jetzt müssen wir hier drei Runden erster werden, um den Jäger überholen. Nein, bitte nicht. Nein. Okay, ich habe ganz viel Nitro hier. Ich hoffe... Ich hole mir auch direkt was zum Schießen mit. Ich hoffe, ich hole den jetzt ein. Das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus, ja. Direkt mal was zum Schießen. Und da war die Krabbe im Weg, verdammt. Okay, ich habe genug Nitro. Ich kann den aufholen. Okay, das sollte erst mal reichen, vorab. Nein, ich habe hier nicht gestanden, verdammt. Nein, wo erwarte mich denn? Schafft ihr das? Nein, da ist das Boot im Weg. Und die Krabben, gilt es hier kaputt zu machen, verdammt nochmal. Ich will den schlagen hier. So, drei Krabben haben wir schon. Ich weiß nicht, wie viele Krabben das sind hier. Krebsen kamen, wie auch immer. Okay, eine noch. Wo ist die? Scheiße. Da. Scheiße. Ja, ich habe es verkackt hier. Ich war so gut, jetzt habe ich es verkackt. Verdammt. Ja, ja, ja. Muss man nochmal machen. Scheiße. Wie, das ist doch nicht wahr. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal die Krabben kaputt machen hier. Nein, die lebt noch. Was macht ihr denn? Ich habe den doch gestanden hier. Und das ist doch eine Scheiße hier. Das Level ist hier richtig fies. Ich will erstmal die Krebse zerstören. Damit ich die nicht nachher nochmal machen muss. Ich weiß nicht. Ach, jetzt hat er gar nichts davon eingesammelt. Und die Krabbe habe ich schon wieder vergessen. Mann, ist das denn hier? Ich werde wahnsinnig hier bei dem Scheiß hier. Und dann habe ich den noch nicht mal gestanden hier. Komm, komm. Steh denn, ja. Komm, komm. Steh denn, ja. So. Kann ich jetzt gerade noch nicht. Jetzt falle ich auch noch ins Wasser. Das ist scheiß Säurebad. Wo ist denn die Krabbe jetzt hier? Die war doch hier irgendwo gewesen, verdammt. Ich stehe jetzt übersehen. Scheiße. So, und wieder die letzte Runde. Ich könnte kotzen hier. Fick. Ne, null. Alle Krabben weg jetzt hier. Gut. So. Woohoo! I'm still the speed king of the world. So. Mist. So, are you ready to take my challenge? Ja, das machen wir dann gleich. Ich beende mal eben kurz die Aufnahme. Und wir hören uns gleich hier wieder. Ciao, ciao.